Willkommen zum Podcast der Epoch Media Group mit dem Thema Baerbock soll mindestens 100 Mal abgeschrieben haben. Ein Artikel von Epoch Times vom 14. September 2021. Vor allem Annalena Baerbock, aber auch Armin Laschet und Olaf Scholz haben für ihre Bücher offenbar häufiger abgekupfert als bisher angenommen. Das sagt Plagiatsjäger Stefan Weber. Plagiatsjäger Stefan Weber hat nach eigenen Angaben Bücher der Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock und Armin Laschet genauer untersucht und vor allem bei Grünen-Chefin Baerbock deutlich mehr problematische Übereinstimmungen mit Fremdtexten gefunden als bisher bekannt. Die Untersuchung von Baerbocks Buch »Jetzt, wie wir unser Land erneuern« habe er bei 100 Plagiatsfragmenten beendet und erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, teilte Weber am Montagabend mit. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet, auch beim Buch von NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Laschet führt Weber weitere auffällige Stellen auf. Vorwürfe erhebt er zudem gegen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Von den Betroffenen äußerte sich am Montagabend zunächst niemand zu Webers Berichten. Bei Laschets Buch »Die Aufsteigerrepublik – Zuwanderung als Chance« spricht Weber von insgesamt 17 kritischen Fragmenten, beim Buch »Hoffnungsland – Eine neue deutsche Wirklichkeit« von Scholz von drei verifizierten Plagiatsfragmenten. Die Prüfung des Buches von Scholz sei noch nicht abgeschlossen. Erste Übereinstimmungen gäbe es auch bei seinen Reden zu verzeichnen. »Abgekupfert wird im politischen Diskurs offenbar genauso dreist wie in der Wissenschaft, aber bei niemandem konnte man es bislang so werkprägend dokumentieren wie bei Annalena Baerbock«, erklärte Weber. »Sie ist Frau Guttenberg des politischen Sachbuchs.« Aber auch von Laschet und Scholz würde man sich erwarten, dass sie immer dann, wenn sie nicht in direkter Rede zitieren, eigene Worte verwenden. Baerbock hatte bereits mehrfach eingeräumt, bei ihrem Buch Fehler gemacht zu haben. Ihr Verlag hatte angekündigt, das Buch mit zusätzlichen Quellenangaben zu versehen. Zu den neuen Vorwürfen Webers gab es am späten Montagabend noch keine Stellungnahme der Grünen. Auch die Staatskanzlei von Ministerpräsident Laschet in Düsseldorf äußerte sich am Montagabend zunächst nicht. Laschet hatte Ende Juli erklärt, in seinem Buch aus dem Jahr 2009 gäbe es offenkundig Fehler, die er verantworte. »Mindestens ein Urheber des im Buch verwendeten Materials wird weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt«, hatte er damals erklärt. Dafür bat er ausdrücklich um Entschuldigung. Um zu klären, ob es weitere Fehler gebe, habe er die Prüfung des Buchs veranlasst. Die SPD wollte sich am Abend nicht äußern. In Zeiten von Twitter und Facebook hat diese Redewendung aus der Zeit der Minnesänger neu an Bedeutung gewonnen. »Wesbrot ich es, des Lied ich sing« bedeutet in der Medienwelt, dass Zeitungen die Interessen derer vertreten, die sie bezahlen. In Deutschland sind dies meist Parteien, Werbekunden oder Stiftungen einflussreicher Geldgeber. Die Epoch Times ist frei. Von allen solchen Einflüssen und steht allein in der Verantwortung derer, die sie finanziert, nämlich Ihnen, unseren Lesern. Die Epoch Times bietet Ihnen einen investigativen Journalismus, der Tatsachen aufdeckt und sich nicht von einer Agenda oder politischen Korrektheit einschränken lässt. Wenn auch Ihnen wirklich unabhängige und unzensierte Informationen wichtig sind, dann finden Sie diese in der neuen Wochenzeitung der Epoch Times. Zum Preis von nur einer Tasse Kaffee erhalten Sie nachhaltige Geistesnahrung für eine ganze Woche. Bestellen Sie die Epoch Times jetzt gratis drei Wochen lang zum Kennenlernen und lesen Sie den Unterschied.